Musik Moin moin und hallo, hier ist wieder Belair Shoutcast zu euch mit einer Information, die ihr euch alle mal irgendwo hinter die Ohren schreiben solltet Dieses Wochenende vom 16. bis zum 18. geht richtig die Party ab Denn auf Instagram wird live übertragen der Deutschlandpokal, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen Jetzt die Woche über gab es zwei Open Qualifier, die Einschreibphase für die Profis ist auch beendet Und wir haben somit unser Teilnehmerprogramm zusammen für den dritten Nvidia Deutschlandpokal Und da geht es insgesamt um 600 Euro Und meine Freundin, ich muss euch sagen, es ist wirklich das Who is Who der deutschen E-Sport Szene angetreten Um sich die Marines, Zerglinge oder was auch immer um die Ohren zu schmeißen Und heute Abend geht es los mit der ersten Gruppe, das wird die Gruppe A sein Dann starten um 18.30 Uhr, danach immer eine Stunde Zeit versetzt Gehen die anderen Gruppen los, heute halt die Gruppen A bis D Am Samstag E bis H und dann am Sonntag die Playoffs Und ich lese jetzt einfach gerade mal so vor, was wir allein heute schon haben Wir haben zum Beispiel Hasu, Obstron, Jax, Active, Goody, Monty, Impacteus, Lambo, Delphi, Kaup, Toki, Delking, Hero Marine, Kung Fu Panda, CPU und Nox Out Und das ist nun das Rahmenprogramm für heute Also da wird es eine Menge richtig, richtig heiße Games gehen Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei www.twitch.tv in StarCraftTV mit reinschaut Und vielleicht da auch bei den Cast einfach reinschaut Wir haben auch einen englischen Stream dazu Das wird dann in StarCraftTV 2 sein, soweit ich das richtig weiß Und das wird auf alle Fälle richtig abgehen Also es geht auch halt um eine ganze Menge Schotter Und da wird sich keiner der Profis lumpen lassen, irgendeinen Blödsinn zu spielen Gecovert wird das natürlich von den StarCraft, von den ganzen Castern Von Twinkie, von Tyke, der seinen Abschlusscast geben wird Also da geht es auch nochmal richtig rund Dann haben wir G, XXShock, Boxerfred und meine Wenigkeit Zumindest am Freitag und am Samstag Und ja, da wird nebenher noch der englische Stream befeuert Also das wird richtig ordentlich, Jungs Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet Es gibt nichts anderes, was ihr gucken könnt, ganz ehrlich Also, äh, deutscher E-Sport at its best Ihr seid alle herzlich eingeladen Bringt mit, wie ihr wollt, stellt euch Chips hin Und dann sehen wir uns heute Abend Zur StarCraft 2 Party des Jahres